Was geht ab, euer Janjicci hier am Start. Willkommen zu PUBG. Ein aus einem anderen Modus hier. Wir werden... Lolo? Ich wundet euch nicht, ich hab ein bisschen schnupfen. Wir sehen uns gleich in der Runde. Und da wären wir am Rektion. Ich wurde aus der Lobby irgendwie gekickt. Und das wird passiert oft an mir, wenn es läht und dann werde ich halt rausgeschmissen. Und um einander schreit ich hier, aber da war nur noch ein bisschen. Es ist noch nicht, ich verspür mich, dass die Leute wegen dem Nicht-Leute sterren. Und um einander schreit ich hier, aber da war nur noch ein bisschen. Ichılge. Ich sluchte das nicht, aber Körte Nvó Ich glaube, es wird jetzt nicht einfach wie die letzte Töne ohne Waffen überlegen. Passt ein Auto. 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 Halt doch von allen Seiten! Ja, was ist denn los? Los! Mach doch! Alter, was ist das? Alter Mann! Ich will wieder rein! Alter, voll kacke! Tut mir leid, wieder rein! Ich bin wieder rein! I don't know! Ich sera da auf! Und dann geht's oberen! Ich will wieder rein! Vielen Dank. 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 Thank you. Thank you. Thank you. Yeah, yeah. Let's go this night. I will live, I can fly, I will live, I can do the sky, I will live, I can fly. Okay, let's go, okay. Hey, what's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Okay, let's go, let's go. Let's go, 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 let's go hätte noch ein try alter leute nein es war so perfekt gewesen ich mache das level vielleicht noch mal nimm es danach noch mal auf leute und das auch die kommentare ich habe schon gesagt ob ich weiter mit dem format weitermachen soll oder ob ich das erst mal lassen so die leute dann sehen ich mich macht ich mal noch ein zwei und dann wenn ich die aufnahme leute der eine try ist nicht vorbei jetzt eine mega rampe auch nicht dachte es kommt eine mega rampe leute wir sehen uns beim nächsten mal wieder